Guten Morgen Jungs! Grüß euch! Wir machen heute einen kleinen entspannenden Spot Day hier. Der Meister hier ist ordentlich am Wheelies üben und genau. Hier sind wir gerade mit den schönen Karren. Die Karre vom Leon Meister. Meine Karre ist gerade, also das ist Marlons Karre, aber ich war heute nur an der Zerfurcht. Meine Karre wird gerade noch dem Motor gebaut. Zack, zapple das Karre, alle. Guck mal, kannst du Richtung BAM machen! Schau auch noch, da ist es so nett. Jawoll, Alter. Ich hab gerade so viel Spaß rüber so heute. Raus und dann links Richtung Langstadt, dann sind wir weg. Wenn die Bullen kommen, sind wir weg. Sind wir weg? Weg hier! Haben sie keine Chance, ne? Ich freu ein bisschen, Alter! Ey, ihr müsst mal, ihr müsst mal jetzt da über, über, über diskutiert und ne? Müsst ihr mal zu zweit von hier mit übel Vollgas, Alter. Das ist ein bisschen abgehoben. BAM machen! Oh, Oh, Oh! Ohhhh! Ohhhh! Hahaha! 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 Kürft ihr Simson, haben sie gesagt. Alter, der ist hier schon wieder am Staudi. Alter, was funktioniert denn hier nicht? Alter, die Scheiße! Ja, jetzt gehts wieder, Alter. Aber es sift wie saulig, blöder. Ich wollte eigentlich nur, dass sie dich wundersaugen, die Karre dabei. Nee, was machst du? Hä? Oh nee! Scheiße! Mal los! Meine Markierungen sind weg. Nee! Das war schon mal hier. Ja, so ist richtig. Ja, so. Ich dachte es, Jungs. Alter, Membraner fahren. Also, ich verstehe das Problem nicht. Membraner fahren, das ist die Lösung. Ja, Sau Stress. Ja, Sau Stress, Alter. Du, ein Typ hier mit der Frauentasche an die Seite. Ja, hier mit der Frauentasche. Von Louis Weizen, Alter. Von Louis Weizen ist das hier. Ist das original? Ist das aus dem Osten? Ist das aus dem Osten? Das ist von der Schienenab-Sylister. Wie viel ist dein Outfit wert? Mach mal, mach mal auf. Helm. 250.000. Brille. Warte mal, sag mal. Hat der Helm schon geklemmt, oder was? Was ist denn? ZZ, Juni. Digga. Ja, ja. Das macht reine Erzähl, bitte. Blauz, blauz, so Wärmung. Das ist es. Dein Abo? Dann legst du einfach nur auf den Maul. Die Bremse geht wie, wie... Oh, jawohl. Alter, Tuning oder was? Ich sag jetzt noch eine Sache. Du musst dich dann nie auf die Bremse verlassen. Ja. Ich kann auf die Kante, wenn du dich nicht mehr wirst. Und deswegen, guck mal, ich muss den kompletten Fuß reinbringen. Hier, brechst du jetzt. Ja, und da bremst du auch nicht. Wo bremst du dich also? Hier. Da bremst du nicht. Ja, du bremst gar nicht. Da ist der Druckpunkt, aber da bremst du nicht. Oh, ja. Nicht, aber. Oh, da ist die Kante. Jawohl. Ja, fick die Karte. Man muss natürlich die Tuner unterstützen, ne? Jawohl, Alter. Ja, los geht es. Perfekt hier. Das ist meine Karte. Wenn ihr die kaputt macht, ist das los. Jawohl, verpuffst. Wenn ihr die auch noch kaputt macht, war der Walp2-Füchse. Gleich ist das los. Gleich ist das los. Mach es mal ein. Frisch, du. Mehr Gas. Da hier die Kulose. Dann ist es auch fuchs, die Beläge raus. Was knallst du? Die Beläge raus. Die Beläge. Dann verklopp ich dich. Wenn die Drecksbeläge drin sind. Ihr habt doch geangt. Was war denn das, Alter? Das haust du so auf die Kresse. Es ist Sommer in Thüringen. Die Sonne strahlt. Das Bier ist kalt. So, sind wir hier schön angekommen? Das Leben ist gut. Was wird gedankt hier? Sagen wir mal, was wird hier gedankt? Einmal ein Bier. Was ist denn? Ein da, Alter, was schluckt die Kacheln? Alter, da war ein Kacheln. Man hat Papier, aber kein Kennzeichen. Du hast ein Kennzeichen, aber keine Papier. Das ist ja kein Kennzeichen. Warum packt der Vollidur Super Plus, wenn Super billiger ist? Was sagst du? Warum packt der Vollidur Super Plus, wenn Super billiger ist? Ja, weil er ein Rennmobil hat. Ja, was hat er? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hat er ja. Alter, nur Super Plus und Modul 800 in die Karre. Alter, gib mal Dammt da unten. Der reagiert immer auf dich. Lass noch Druckplatten tauschen. Druckplatten tauschen willst du? Ja. Warum? Weil ich meine blaue Reihe Wo sind wir? Auf der Kartbahn Wo sind wir hier? Auf dem Sprintrennen Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Auf dem Sprintrennen Also Männer ich hoffe euch hat das Video gefallen Lasst ein Like und ein Abo Da Dinger was laberst du? Abo Okay tschau